Jans und herzlich willkommen zurück zu Radio Not. Heute versuchen wir noch mal einen neuen Versuch bei Tal der Puppen beim Full-Health-House. Liefer das letztes Mal nicht so gut. Ja, ich habe die Ausrüstung ein bisschen geändert. Ich habe allen Sturmgewehr gegeben. Mir inklusive und den Holoside, mit dem komme ich am besten klar. Die C2s habe ich reduziert, dafür mehr Granaten. Und ja, immer noch mehrheitlich auf Stealth unterwegs. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Mal schauen, dass diese mal laufen wird. Wie gesagt, beim Gas bin ich mir unsicher. Ich glaube nicht, dass wir das benutzen dürfen. Daher halt ziemlich viel... Daher halt ziemlich viel... Das ist für mich das Wort. Viele Zivilisten sind... Das könnte ein Problem sein. Okay, jetzt schaffst du Sivillen. Dann gehen wir rein und sichern das. Ich mache mein Schild hervor. Auf einer 2-Links. Stop die C. Will kein Movement draußen? Oh shit, was mein hier? Was er getapt? Oh fuck! Leute! Alter, die Mission ist schwierig! Was heißt hier? Is er dead? Boah! Oh shit! Ich wollte die gerade verhaften und dann lief das schon alles aus der Kontrolle. Läuft ja sowieso schon. So was wir... Jam jetzt die Tür hier. Okay, dann kann jemand von draussen kommen oder von hinten. Red Team mitkommen. Wir gehen von draussen hinein. Und schliessen dann auf. Was? Was? Was hast du? Okay, alles safe. Gibt es hier wieder irgendwelches Videomaterial? Yes. Ganz kurz raus und nochmal schauen. Hier geht es glaube ich nicht weit. Aber da liegt irgendwie noch ein Tablet oder sowas. Oh, das ist zu heikel. Ja. Ja. Wir sind in den Platz. Wir müssen uns übernommen. Wir müssen uns übernommen. Los! 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 Lass deine Hand auf! Wenn du hier bist! Los! 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 Ich habe echt schon keine Immobilie mehr... ... für die Waffe... 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 Ich bin echt schon leer? Es ist schon leer... Alter... ... hier habe ich ja wenigstens fünf... ... Stück... Hier ist nichts, gar nichts. Den Raum müsstet ihr auch durchsuchen, Leute. Sonst ist das nicht safe hier. Von hinten sollte niemand kommen. Ich schliess halt die Tür vor ihnen. Ah, shit. Man hört mit Sicherheit jemanden. Schicht unten. Diesmal ist hier wirklich safe. Nee! Äh, tü-sch! Blue Team. Talk reporting. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Blue Team. Split and provide cover on this door. C2, then flash it. All right. Switch with me. Got some bang for your butt. Let's blow it. Let's blow it. Let's blow it. Let's blow it. All right. Hands on your head. Do it now. What's going on? Leute! 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 Okay. Machen Sie es sicher. Schrauben Sie es ruhig. Roger. Schrauben Sie die Tür. Okay. Ich hätte doch mehr Türstopper mitnehmen sollen. Zipped up and good to go. Wedge is in. We're good. Run, 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 run! Blue. Move in. Bang and clear. Okay, it's a good place. Red. Maintain Cover. Banging. Opening on the left. Hallo! Beweck dich mal nicht! Cover the door. Ich gehe mal ein. Schau mir an, was hier los ist. Achtung wegen dem Fenster. Let's switch. Breaching! Was breached der Typ denn? Down on your knees! Down on your knees! Oh fuck, das ist einer von uns! Wo kommt der Typ denn? Ich habe ihn einfach voll fast tot geschossen. Fuck. Ich hätte fast einen von uns getötet. Hände auf der Kopf. Hände auf der Kopf. Geht runter! Jetzt! Geht runter! Sehen welche Infos die wegnehmen müssen. Polizei! Geht runter! Geht runter! Ich will die Hände sehen! Das sind einfach echte Fotos. Das sind einfach echte Fotos. Ich bin mir nicht weg. Ich bin jetzt hier. Ich bin hier bei dir. Ich bin hier bei dir. Du bist nicht der einzige, der weiß, wie die Kamera benutzt. Blue Team. Äh, nonononononononon! Wounded! Ok, gut. Abgebrochen. Wounded, please! Use the mirror. Check for targets. Okay, fast leer. Aber ich höre doch Schritte, Mann. Okay, Red Team. Und Deckung. Und Deckung. Reden. Blindengranate. Granatenwerfer. Geh die Tür und spiel mit der Launcher. Ich gehe kurz nach unten. Nochmals ab! Oh shit, 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 Leute, du lasst mich durch! Das ist alles, was du hast. Alter, da kam auch einer hoch. Hops! Oh shit. Alter, ich bin so auf 180. Oh shit. Oh shit. Schau den Umgang. Rotere Band. Schau den Tag. Schau den Tag. Rotere Band. Komm ein bisschen weg da. Komm doch hier hin! Ja, dann steht Part Kommes. Was war hier? Polizei! Alles wieder unten. Arme. Arme. Copy. Get her. Watch the threshold. Move to my front. Moving. Watch the door. Hands up! Drop to your knees! Get down! Police! Get your hands up! Was ist das? Ich gehe ganz kurz hier hoch und da schaut noch niemand hier raus. Das ist ein Nest, ich habe es doch gesagt. Einer wollte uns umlaufen. Ich wusste es. Ich muss sagen, die KI ist echt schlau in diesem Game. Das ist unglaublich. Ganz kurz hier sichern. Achtung wegen der Treppe. Ich glaube, ich gehe jetzt nirgends lang, außer hier durch. Aber das möchte ich nicht. Das ist ein Stock drunter. Das ist ein Stock drunter. Ne, das ist der gleiche Stock. Aber da ist eine Treppe halt. Das ist das Problem. Das ist gut, Sir. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht, aber die Waffe ist noch da. Ich werde sicher irgendwas sehen. Das ist gut. 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 Aber das geht leider nicht anders. Ich habe genau jetzt den Durchsuchungsbefehl bekommen. Hier geht es zur Treppe. Tür schliessen. Tür schliessen. Ne, warte. Blue eigentlich hier hin. Red. Du musst mal kurz mal schauen, wie viel. Okay. Das ist der Laptop. Heikel. Machen wir es ganz kurz sichern, Leute. Und ein bisschen Tor. Okay, es sieht alles safe aus. Vorerst zumindest. Aber mir muss ja nichts heißen. Schließt das Tor, Leute. Keine Ahnung, von wo. Kann jemand zumindest von da kommen? Shit. Was mache ich eigentlich, wenn ich keine Munition mehr habe? Ist das jetzt ernsthaft? Was mache ich dann? Ah, von da kam wieder einer. Shit. Okay, der Raum ist clear. Jetzt wird es langsam heikel wieder. Ich finde, es ist halt sehr offen. Mhm. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. LHPD, nicht mehr. Verwenden. Zulac es. Polizei! Sie sind in der Tattoo. SMAGEN! Sie sind in der Tattoo. Sie werden jetzt nach den Tannen. Sie werden den Tannen. Uh, you're in my spot. Uh-huh. Out of the way, sir. Need you to move. Swap. Hands up. Drop to your knees. Freaking. Get down. I'm hoping you're not going to land. For the fucking bull. Police, get your hands up. I'll get them ready. Kim Light. Oh, oh. Und wo kommt der Typ denn? What the fuck? Roger that entry team. Tag him. Kommt der von oben oder ist der nach unten gekommen? Äh, von unten nach oben. Ah, ihr wisst schon. Talk to Element. Great work entry team. Keep it up. Alter. Die Munition schwindet irgendwie mehr. Ziemlich grosses Problem. Granaten schwindet auch. Shit. Wait. Gold. Split and cover. On it. Gold team. Provide cover on me. All clear. Keep your hands up. Get on the ground. Now. Move and clear. Hands up. Do it now. Wir sind alle ziemlich angeschlagen. Das ist... Down on the ground. And we see those hands. Hands on your hands. Auch ein ziemliches Problem. Get down. Keep your hands up. Door. Element to top. Civilian to secure. Top or turning. Nee, 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 nee. Tür stoppe. Verschwendet. Keep going. Wanded. Wedge is ready. Nee, ach. Tür stoppe verschwendet. Check it with the wand. I'm on it. Sehr gut. Wand ready. Echt ein schönes Haus hier, aber, äh, nur für... Okay. Oh, okay. 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 Zip ihm auf. Geh in die Handkappe. Keine Angst. Wir werden dich raus. Wir haben die Flüchtlinge zuerst. Elemente zu sprechen. Sivillen zu verstanden. Talk zu Entry-Team. Copy Entry-Team. Notifying Trailers. Okay, hier waren wir schon. Chem-Light. Es ist schwierig. Mirr für Kontakt. Ich habe es. Ich habe es. Es ist gut. Nichts. Okay, bloß einen Wäscheraum. Sehr gut. Wir machen einen Fortschritt. Das ist ein anderer Raum. Das ist neben dem anderen, wo die anderen zwei sind. Sie fallen hinter mir. Genau mit dir. Hier deckt der Ort. Die Tür ist offen. Kurzer Blick nach draußen. Ich glaube, die andere Tür ist besser. Ich weiss nicht, wie viele Türstopper wir noch haben. Jetzt könnte die nicht schnell ein Problem werden, wenn ich zu viele davon brauche. Aber wir müssen nachher schauen, dass wir das Bier... Das hat eine Tür und das eine Tür. Wir sehen das jetzt die Leute, die oben sind oder draußen. Die Mission ist mega schwierig. Es gibt zwei Soft-Objectives. Wir wären fast am Ziel gewesen, wie es aussieht. Wir haben Friendly Fire wegen mir. Alter. Starker Stress. Ich glaube nicht, dass ich sie daran erinnern muss, dass Teammitglieder, die einen Therapieplatz beim PUD bekommen haben, nicht an Einsätzen teilnehmen können. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber seien sie vorsichtig, wie sie mit ihren Leuten umgehen. Das Letzte, was sie wollen, ist, dass sie mit zu wenig Personal dastehen. Vor allem, wenn man die aktuelle Lage in der Stadt bedenkt. Shit. Shit, shit, shit. Die Mission ist mega schwierig. Sie haben einen neuen Officersplatz freigeschaltet. Neuer Einsatz verfügbar. Der Officer Thomas ist vom Dienst zurückgetreten. Sie müssen ihn ersetzen. What? Officer Brown ist nach dem Einsatz aufgrund des Einschreitens der Therapeuten beurlaubt worden. Walker auch und Carter auch. Ganz kurz. Er ist vom Dienst zurückgetreten. Ernsthaft, Thomas ist weg. Es war wohl zu viel Stress für ihn. Doof. Können zwar noch mehr Leute einstellen. Caleb Park während der Aufstände in Los Buenos im Jahr 2002 zeigte Officer Caleb Park Tapferkeit und Engagement. Er schaffte es, einen Balance zwischen der Sicherheit seiner Familie und seiner Pflicht gegenüber der koreanischen Gemeinschaft in Los Buenos aufrechtzuerhalten. Calebs ruhiges und konzentriertes Vorgehen inmitten eines gewalttätigen chaotischen Aufruhrs brachte Park den Respekt seiner Kollegen und der Gemeinschaft ein, der er diente. Kevin Lee Officer Kevin Lee wäre fast während dieser ersten Schicht ums Leben gekommen, nachdem sein Auto bei einer Verfolgungsjagd von der Strasse abgekommen war. Er erholte sich jedoch von seinen Verletzungen und kehrte zum Dienst zurück und war noch entschlossener, die Strasse sauber zu halten. Kevin ist ein sehr geschätztes Teammitglied und hoch angesehen für seine Fähigkeit für jede Situation voraus zu planen. Diego Lopez, Officer Lopez hat die zweifelhafte Ehre, der am meisten verwundete Officer im aktiven Dienst zu sein. Diego Lopez war an mehr hochkarätigen Einsätzen beteiligt als viele seiner Kollegen. Seine Bereitschaft, an vorderster Front voranzugehen und gefällige Einsätze zu übernehmen, hat dazu geführt, dass ihm wohl am ehesten der vorzeitige Ruhestand angeboten wird, der der Dienststelle hohe Kosten für medizinische Behandlungen verursacht. K3 sind in Therapie, einer ist wegen uns vom Dienst zurückgetreten, sprich gekündigt wegen uns. Das wollte ich nicht unbedingt. Ich würde gerne noch mal kurz in Evidence locker gehen, weil beim letzten Auftakt, den wir geschafft haben, haben wir, glaube ich, ein Paket gesichert. Mal schauen, ob da was drin ist. Neues. Moin, wie geht's? Das nicht. Das auch nicht. Das ist Statue. Dataminer. Neues war auch nicht das. Speichereinheit. Mindshot-Data-Center. Pikumi-Chan. Produktmuster. Jacks Uhr- und Agentenausweis. Jack lebte schon immer gerne am Rande der Legalität und mischte auf beiden Seiten des Gesetzes mit. Sein auffälliges und charmantes Auftreten war ihm in die Wege gelegt. Er trug eine Luxus-Uhr aus massivem Gold, die an seinem Ausweis als Bundesagent befestigt war und hatte stets 100-Dollar-Scheine als Anreiz für Motivierte und bezahlte Angestellte dabei. Special Agent Jack Adams. Federal Investigations Security Agency. Das war das. Nicht rückverfolgbare Waffe. Eine Waffe aus dem 3D-Drucker, wie es aussieht. Single Shot Range. Eindeutig aus dem 3D-Drucker. Eine vom Unterstützungsteam beschlagnahmte Pistole. Dabei handelt es sich um nicht regulierte und nicht registrierte Schusswaffen, die leicht und ohne Rückverfolgbarkeit vertrieben werden können, da die Seriennummer vom Gestell entfernt wurde. Was diese Waffe unglaublich begehrt macht. Diese Waffe verfügt über einen silbernen Schlitten und eine illegale G-Switch-Modifikation, die automatisches Feuern ermöglicht. Viele dieser Russwaffen spielen eine grosse Rolle beim Anstieg der Waffenkriminalität in Los Sueños. Das sind die zwei Sachen, die wir beim letzten Mal gesichert haben. Und bei der Familie gab es auch noch was. Steuerprüfungsbrief. Eine Mitteilung des Finanzamtes bezüglich einiger günstiger Diskrepanzen zwischen den Ausgaben der Familie und ihrem angegebenen Einkommen, sowie ihren Arbeitsberätnissen. Sie ist auf dem vergangenen Monat deklariert. Datiert, sorry. Das ist auch neu. Onkologierechnung Coastalcroft, das ist auch neu. Eine auf ein Jahr zuvor datierte Rechnung, auf der die Kosten für Hues letzte Besuche in Onkologie sowie ein offener Betrag für frühere Leistungen aufgeführt sind. Stopier ist sichtbar zerknittert, als ob es zu einem Ball zusammengerollt und zur Seite geworfen worden wäre. 239.000 Dollar. Was für eine Rechnung. Ja, ich glaube, das ist in Amerika wohl schnell mal zusammen. Weil die ja keine Krankenversicherung haben. Alright, das waren die Evidence, die Beweise, die ich vergessen habe, in den letzten zwei Missionen, die wir gemacht haben und erfolgreich waren. Ja, gut. Ich würde sagen, ansonsten war es das dann für diese heutige Folge. Ja, zwei Versuche, zwei Redeschläge, schade. Die Mission ist echt schwierig. Wir müssen da irgendwie anders reingehen. Vielleicht muss ich doch alle Officers mit den wirklich schweren Panzern ausstatten. Aber dann haben wir ein Problem mit den Magazinen und Granaten, weil wir weniger mitnehmen können. Also dieser Versuch lief ja schon mal viel besser als der letzte. Wir kamen weiter. Fast zum Schluss, nach dieser Liste am Ende, sah es zumindest so aus. Aber irgendwie müssen wir uns da noch ein bisschen anders reinfuchsen. Mal schauen. Vielleicht denk ich ja, gute Dinge mit drei. Von daher, bis zum nächsten Mal bei Radio Not. Vielen Dank, tschüss. Das ist der nächste Mal bei Radio Not. Bis zum nächsten Mal bei Radio Not. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, sind Sie bereit? Dos Wunschungen. Untertitelung des ZDF, 2020